Heute geht es um alle Fahrer in Indycar Series. Man sieht hier dann quasi jeweils ein Foto des Fahrers und hier unten ein paar Informationen. Wie zum Beispiel, wie oft er auf Pole Position war, wann die erste Pole war. Genau, und auch andere Informationen. Zum Beispiel das Team hier, also für das jeweilige Team, dann so ein kleines Bild vom Fahrzeug. So, das war's. So, das war's.